Jeder liebt die Karibik auf seine Weise, aber jeder liebt es mit den Besten in die Karibik zu reisen. Zwölfmal in Folge wurde Royal Caribbean International zur besten Kreuzfahrtgesellschaft gewählt. Nicht nur für die Karibik, sondern weltweit. Und die Allure of the Seas wurde zum weltweit besten Kreuzfahrtschiff gewählt. Also egal ob Sie zum ersten oder 51. Mal in die Karibik reisen, am besten reisen Sie mit Royal Caribbean in die Karibik.